Hey, Johannes hier von newgadgets.de und hier habe ich das neue Samsung Galaxy Tab A10.5. Samsung vermarktet das als Familientablet, das ist ein Mittelklassegerät und in diesem Video werden wir uns das Tablet und das dazugehörige Zubehör anschauen. Gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein, bevor wir uns das Tablet dann einmal von allen Seiten anschauen. Wie der Name schon vermuten lässt, hat das Tablet eine Bildschirmdiagonale von 10,5 Zoll, das sind 26,72 cm. Die Auflösung beträgt WUXGA, das sind 1920x1200 Pixel und es ist ein TFT-PLS-Panel. Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 450 Octa-Core mit 1,8 GHz zum Einsatz. Dazu gibt es 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicher für den Benutzer und dieser lässt sich auch noch mittels einer MicroSD-Karte erweitern. Die Hauptkamera auf der Rückseite bietet 8 Megapixel und die Frontkamera 5 Megapixel und Videos werden in Full HD aufgenommen. Von der Konnektivität her bietet das WLAN 802.11a BGNAC mit 2,4 und 5 GHz, WiFi Direct, Bluetooth 4.2, USB 2.0 Typ C, GPS, GLONASS und Baidu und beim LTE-Model natürlich auch noch LTE-CAT6. Der Akku hat eine Kapazität von 7300 mAh und das Betriebssystem ist Android 8.1. Das Tablet wiegt 529 Gramm in der WiFi-Version und 534 Gramm in der LTE-Version. Samsung vermarktet das Galaxy Tab A 10.5 als Tablet für alle Familienmitglieder. Dank Multi-User-Mode kann hier ein Benutzerkonto für jedes Familienmitglied eingerichtet werden und für die Kleinen gibt es auch noch einen Kindermodus, der eine geschützte und interaktive Benutzeroberfläche bietet. Wenn wir mal um das Tablet herumgehen, sehen wir auch, dass wir eine Kunststoffrückseite haben, die matt ist, was mir immer sehr schön gefällt, vor allem hier bei der weißen Variante. Es kommen einfach weniger Fingerabdrücke drauf. Es ist wie wir es von Samsung gewohnt sehen, hochwertig verarbeitet und liegt gut in der Hand. Das Samsung Galaxy Tab A 10.5 wird ab dem 27. August 2018 in den deutschen Handel kommen und in den Farben Fog Grey und Ebony Black verfügbar sein. Die WLAN-Variante bekommt eine UVP von 329 Euro und das LTE-Modell eine UVP von 389 Euro. Ja, das war mein Video mit dem neuen Samsung Galaxy Tab A 10.5. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Mittelklasse-Tablet habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!